Jo Leute, herzlich willkommen zurück. Ja ja, Schule aufbauen, Schule schmaufnauen, sag ich immer. Bisschen Luden hier. Willkommen halt auf die 500k. Jetzt wird auch mal langsam Zeit. Eigentlich hab ich schon Bock, den Außenposten, äh, den Außenposten, den Glockenturm und den Außenposten noch einzunehmen, aber ich hätte auch Bock, die beiden. Aber eigentlich hab ich grad mehr Bock darauf. Da gehen wir erst noch hin. Hier war doch ein Auto. Bevor wir zur Mission gehen, den Außenposten können wir später noch einnehmen. Aber ich hasse es, wenn die Map nicht freigeschaltet ist. Geile patriotische Mucke hier. Ballert schon ein bisschen. Ja, ja, ja. Oh, nicht Dachs. Schmo, nicht Dachs. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Oh, wenn ich irgendwas hasse, dann ja auch Honigdachse, Alter. Die nehm ich auch mit. Einfach, weil ich's sehen will, wie er ihnen das Fell abzieht. Gut, das Auto hab ich da geparkt. Ich dachte gerade kurz. Da ist ne Kiste. Wo kommen wir da hin? Von oben. Ach, komm. Alter. Geht auch so. Ihre Entscheidungen bestimmen den Weg dieses großartigen und mächtigen Landeses. Stehen Sie hinter Paganin und unterstützen die Royal Army. Wollte ich halt sagen, wo ist denn Lach? Anbesicht des Freizeit. Wir geprageln Ihnen lichtlich in alle Erleuchtungen. Ich hänge hier irgendwie fest. Oh Gott. Hui. Oh Gott. Das werde ich in Far Cry 6 ja ein bisschen vermissen. Ich mochte die Türme. So, wo ist die Propaganda? Alter. Ich hasse diese Mistviecher. Die trifft man doch nicht. Die Bastarde. Wer kam von hier? Äh. Wer kam nicht von da? Oh Gott. Ah, nicht runterfallen, Alter. Das sah richtig stabil aus der Balken. Sie wissen, dass Ihre Tage gezielt sind. So, die Propaganda muss unter uns hängen. Wir gucken nachher. Haben wir ja jetzt wieder Molotows. Dann läuft ich halt Molotow gegen. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wenn ich mir nicht treu geschworen habe. Ich muss meine Befehle folgen. Blablabli. Blub. Pagan Min, Schmagan Min, sage ich einmal. 8 von 17. Nehme ich. Butgan God. Butgan God. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Sunny und Prams Lagerräume. Souté Ruin. Und ein geiler Bär. Der muss nicht unbedingt über den Weg laufen. So ist ein Stück, bis wohin wir müssen, ne? Ist schon ein kleines Stück. Wir gehen mal hier runter. Denn ich will noch die Propaganda zerstören. Und wir haben den Fähigkeitspunkt. Geil. Da oben wäre er gewesen. Warum habe ich ihn nicht gesehen? Wir erreichen jetzt fast die Hälfte des Landes. Dank dir. Bald kann man die Wahrheit nicht mehr einfach ignorieren. Yo. Das freut mich. Ich kann den schweren Take Down lernen. Magazin-Jongleur wäre auch wichtig. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder eine Menge Punkte. Dafür bräuchte ich erstmal sechs Gesundheitsfelder. Da hat er alles noch nicht freigeschaltet. So. Wie kommen wir denn da jetzt mal am schnellsten hin? Ah. Wildschwein. Dich nehmen wir auch mal mit. Ich weiß gar nicht, ob wir es für irgendwas brauchen. Wenn nicht können wir den ganzen Scheiß bald mal verkaufen. Wir haben so viele Tiere noch immer dabei, die wir gar nicht mehr brauchen. Weil wir, glaube ich, nur noch Spezialtiere brauchen. Es ist dunkel. Es wird Nacht. Mann, ich will den Wingsuit. Wann bekomme ich den endlich? Das ist ein Fragezeichen, ne? Ich habe keine Zeit. Doch, eigentlich habe ich Zeit. Dafür ist Zeit. Müssen wir mal wieder... Mal wieder ein Fragezeichen abarbeiten. Ach ja. Haben wir doch sogar eben auf der... Moin Jungs. Müssen wir mal dran drehen. PJ, drehst du? Danke. 46, mein Jot. Tschüss. So viel Zeit muss sein hier. Wenn ich schon in letzter Zeit an allem einfach vorbeilaufe. Boah, 36 Schuss haben wir mit dem Ding. Ist halt schon krank krass viel. Aber ich glaube, man kann es auf 50 hochdingsen. Aber 36... Ey, komm, ich laufe... Seit wann laufe ich an der Kiste vorbei, Alter? Was ist los? Meine Beutetasche ist fast voll. Als ob ich das jetzt noch 700 Meter hier zu Fuß laufen muss. Fackt ja übel ab. Fackt, ganz schön ausgetrocknet. Nein, komm, gibt's ja engstens eine Chest. Hey, da oben ist ja ein Auto. Bin ich irgendwie dumm? Und ich laufe erst mal hier runter. Läuft. Ach, ein Quad. Deswegen habe ich es nicht gesehen, weil es so klein ist. Ich wollte schon sagen. Ich bin mal... Oh, jetzt kann man hier schon wieder nichts mehr sehen, weil die Map nicht freigeschaltet ist. Boah, da müssen wir aber bis da hoch. Habe ich keinen Bock. Scheiß jetzt drauf. Wir müssten gleich wieder im Gebiet sein, was wir freigeschaltet haben. Äh, ich bin weg. Nein, Junge. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt fucking nochmal nicht passiert. Der war von meinem eigenen fucking goldenen Pfad, Alter, und hat mich in den Tod stürzen lassen. Weil er meinte, quer über die Straße ziehen zu müssen mit seinem Drecksauto. Boah, wehe. Wir sind jetzt wieder an dem Außenposten... Äh, an dem Turm. Wehe. Wehe. Wir sind am Turm. Wehe. Boah, Alter, das ätzt ja übel. Boah, das ätzt ja mal so mega krass. Ey, ganz ehrlich. Ich will einfach den Turm einnehmen. Und da in der nächsten... Ich kann einfach eine Schnellreise hinmachen. Warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht gesehen? Ja, ich will nicht in die Arena. Ich hab keinen Bock. Ja, ich will nicht schon wieder in die Arena. Oh, das ist zu. Die Sprache kann ich leider nicht. Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Ich weiß nicht. Was ist denn Plan B? Ach so. Obenrum. Wie kommen wir da hin? Moin Jungs, moin. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, da hinten kann ich klettern. Ja, wieder schön in die Falschrichtung gelaufen. Ich hoffe, da kommen wir überhaupt dran. Das ist ganz schön weit oben. Da kommen wir nicht dran. Das ist jetzt nicht passiert. Ach nee, jetzt haben wir noch eine Spritze verschwendet. Das fängt schon wieder gut an. Mann, wie soll ich denn da hochkommen? Ey, es wäre eigentlich schon geil, den freizulassen, ne? Einfach mal gucken, was passiert. Kann ich nicht. Schade. Ich werde hier verarscht. Da kann ich nicht hoch, weil es ist zu weit weg. Da muss ich hin. Aber wie? Oh, jetzt brenne ich schon wieder. Wie soll ich denn da hochkommen, Mann? Ach, wenn ich von... Das ist doch so ein Witz. Ich kann von hier da mein Ding nicht hochwerfen. Das geht nicht. Da aber. Okay, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ui. Nein, bitte nicht. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich falle. Da wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Karma, kannst du dir ein Ganz-Kirat verdienen, indem du Karma-Ereignisse abschließt, saubere Abschlüsse erzielst? Und... Da kann ich nicht wissen. Agents Mutter hat ihm über Kyrat, seinen Vater, die Gründe für ihre Flucht gesprochen. Ja. Schön, dass sie uns gar nichts erzählt hat, aber er meinte, geh da mal hin. Verstreu mal deine Asche. Unsere Asche. Ihre Asche, meine ich. Und, äh... Wir haben ja wahrscheinlich, wie alt sind wir, Mitte 30, kein anderes ganzes Leben gechillt und jetzt sind wir so im Krieg, Alter. Und befreien so ein ganzes Land. Vor irgendeinem komischen... Ja, ich will zurück in die Vereinigten Staaten, bitte. Hier gefällt's mir nicht. Boah, wir müssen jetzt die ganze Zeit so sneaken. Geil. Danger. Danger, Minen. Perfect. Minen mag doch. Oh Gott, endlich kann er wieder schneller gehen. Geil. Endlich dürfen wir das mal machen. Können wir noch ein bisschen mitmischen. Hier, fress mal. AJ ist hier. Nein, ich... Oh Gott, was hat er denn für einen geilen Sprung gemacht, Alter? Ja, ich kann noch mehr anrichten. Nashorn. Ich hör nicht auf, ich mach immer weiter, das macht mir Spaß. Ich weiß nicht, ob ich sie töten will. Vielleicht will ich echt erstmal mit ihr... Oh, Jungs, Alter. Mein armes Herz. Können wir mal die... Können wir mal die... So, nämlich, Alter. Langsam hab ich's drauf. Oh, bitte tu mir nix. Bitte nicht. Nee, komm. Komm, Tiger, das muss doch jetzt nicht sein. Ich muss doch jetzt nicht... Ich muss doch jetzt nicht sterben. Hallo. Please, leave me alone, Tiger. Nachladen. Tiger, lass mich in Ruhe. Hier geht's grad echt nicht so prächtig. Ich hau einfach ab. Ich brauch den Checkpoint. Gib mir den Checkpoint. Oh Gott. Schneller jetzt. Ich komm da nicht hoch, das ist ja wohl ein Witz. Wo kommt denn der Stock her? Wieso komm ich dann... Doch, ich wollt schon sagen. So, Checkpoint, na geht doch. So, meine Gude. Da wollen wir doch mal gucken, was sie zu sagen hat. Wollen wir die Waffe auf einmal her? Ah, ich erinnere mich. Nee, warte, ich spoiler, aber nicht, was jetzt passiert. Ich brauche dein Mitleid. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete? Von allem, was ich tat? Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Deinem Blut. Meinem. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Da habt ihr es! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei. Ja. Jetzt wird sie wenigstens von den Tieren noch verspeist. Haben die Tiere wenigstens noch was davon. Tja, die Arme. Naja, kann man auch verstehen. Ah, sie hat was Heroin hergestellt. Nice to know. Hätte doch mit uns jetzt ins Heroin-Binness einsteigen können. Oh Gott, Alter, ich muss ins Bett. Oh Gott, jetzt habe ich noch das Mikrofon um. Wir haben fucking 3 Uhr, 4 Uhr oder so, Alter. Ich muss jetzt noch das Video rendern. Eine Stunde. Nur für euch. Nur für euch 5 Zuschauer. Hört das hier überhaupt jemand? Wenn das hier gerade jemand hört, dann soll er bitte in die Kommentare schreiben. Außenpostenmeister. Ja. Außenpostenmeister. In die Kommentare, falls du das hier gerade hörst. Danke. Das zeigt mir, ob ich hier überhaupt einen Zuschauer habe. Naja, ist sie. Frischfleisch. Bis aufs Maul, Alter. Ich glaube, die hat nicht mit mir geredet. Den Boden erschießen. Ui. Na klar, noch mal ins Feuer für die Fans, Alter. Wieder ein Fähigkeitspunkt. Zwei weniger. Neue Jogi und Reggie Aufgabe. Leute, wir kommen so langsam voran, ne? Amita? Das war's. Nur ist tot. Gute Arbeit, AJ. Der gesamte Süden gehört jetzt uns. Du hast den Menschen gezeigt, dass der Weg zur Freiheit nach vorne führt. Der Weg ist das Ziel. Sag mir was nie. Lelele. AJ, es geht euch nicht von meinen Schweren. Die Truppen, die in Wendung ran der Lerwada sichern, sind geschwäst. Und haben einem Angriff nicht viel entgegenzusetzen. Das ist ein guter Zeitpunkt, die Festung für den goldenen Pfad einzunehmen. Kannst du einfach machen. Mich braucht hier keiner mehr. Ah, schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Gut, wir müssen zum W. Aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und entweder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder sogar bei Far Cry 6. Mal schauen, ob ich Bock habe, morgen eine Folge aufzunehmen. Oder ob ich es erstmal einfach so zocke. Aber, oh Gott, nicht darunter springen. Mal schauen. Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Hier gönnt euch nochmal den Himalaya. Macht's gut. Ciao.